Ich bin Jana Wiedewild, Unternehmerin, Halbtagspirgerin, Buchautorin. Die einzige Voraussetzung für dein Marketing. Es gibt nur eine einzige Voraussetzung. Ich wusste gar nicht, dass mich andere Menschen so sehen. Vor einigen Tagen habe ich mal wieder auf der Bühne gestanden. Dort habe ich über mich gesprochen, über Erkenntnisse und über aktuelle Projekte, die wir bei Wiedewild Kommunikation so machen. Eines dieser Projekte, eigentlich alle, handeln davon, Unternehmen in der Öffentlichkeit so zu zeigen, wie es ist. Ich habe dafür recht viel Lob und Anerkennung bekommen, Wertschätzung und Liebe, dass ich dafür so unendlich dankbar bin. So dankbar, dass du es nicht messen kannst. Das ist ungefähr von hier bis zur Sonne und zurück. Du fragst jetzt, was das mit Halbtagspirgern zu tun hat? Auf den ersten Blick gar nichts. Auf den zweiten alles. Denn komm gerade mal kurz mit in mein Leben. Ich gehe morgens pilgern. Dann mache ich Yoga und oder schreibe Tagebuch. Solche Artikel wie diesen hier zum Beispiel. In meinem Tagebuch finde ich auch die Inspiration für diesen Podcast. Pilgern gehe ich, um das Wesen dessen zu verstehen, was ich tue. Wenn ich gehe, verbinde ich mich mit dem, was mich umgibt. Ich bestaune die Schöpfung, nehme mit allen Sinnen wahr und erfreue mich an der Bewegung. Ich bin bei mir. Nicht immer, aber immer öfter. Wenn ich bei mir bin, bin ich bei allem. Was hat das wiederum mit Video-Wild-Kommunikation zu tun? Je mehr wir alle in uns selbst wohnen dürfen, umso authentischer, ehrlicher und besser werden unsere Kampagnen, unsere Ideen, unsere Hinweise und Ratschläge, die wir unseren Kunden geben können. Wir fühlen uns in die Kunden hinein, fragen so lange, bis wir verstehen, was sie wirklich wollen. Was sie wirklich, wirklich wollen. Denn nur dann können wir dem Unternehmen richtig helfen, eine Kommunikation zu etablieren, die von Authentizität geprägt ist. Wenn du deinen Wesenskern gefunden hast, wenn du weißt, was du wirklich willst, wenn du leben willst, wie du leben willst, dann kannst du das auch sagen oder wegen mir aufschreiben, so wie ich es tue. Dann ist es einmal durch meinen Körper gegangen und dann, erst dann, kann ich es anderen so vermitteln, dass es durch und durch glaubwürdig ist. Glaubwürdig bist du, wenn das Bild, was andere von dir sehen, weitgehend mit deinem inneren Bild übereinstimmt. Sonst ist irgendwas nicht echt. Im Journalismus nennt man das Text Bildschere. Es stimmt was nicht. Gutes Beispiel vielleicht wäre, wenn ich als Halbtagspilgerin dich zum Halbtagspilgern mit mir einlade und dir ein Bild sende, in dem ich im Abend gleite und mit Absatzschuhen abgebildet bin. Passt nicht. Ich bin die, die losläuft. In Turnschuhen, mit Rucksack. Die neugierig ist. Die sich überraschen lässt. Und in meinem Rucksack habe ich natürlich nicht nur den Laptop, sondern auch noch Pflaster, Wasserflasche, damit es dir beim Pilgern gut geht. Der Rucksack ist auch voll mit Ideen und Tipps. Das ist das, was mein Wesen und damit auch unser Unternehmen ausmacht. Wir sind ein Team und jeder kann und darf, ich würde sogar sagen, muss selbstbestimmt arbeiten, weil er oder sie sonst nicht in seiner ganzen Kraft ist. Wenn das so ist, dann sind wir so richtig spitze. So richtig. Das sind wir seit einigen Jahren schon und das hängt unmittelbar mit meinem Halbtagspilger zusammen. Du kennst den Spruch bestimmt. Der Fisch fängt am Kopf an zu stinken. Wenn ich nicht auf mich selber achte, authentisch bin, sondern eine Rolle spiele, merken das zuallererst meine Familienmitglieder und meine Mitarbeiter. Dann fragen sie sich vielleicht unterbewusst, was hier nicht stimmt. Vielleicht fragen sie auch, was mit ihnen nicht stimmt. Und dann sind sie nicht mehr mit dem Herzen dabei. Sie entfernen sich emotional vom Unternehmen, von unseren Kunden. Doch es ist ja so, dass ich authentisch bin. Ich bin einfach Jana. Immer. In jeder Lebens- und Pilgerlage. Und damit lebe ich was vor, was meine Mitarbeiter deutlich spüren. Dann dürfen sie authentisch sein. Sie können alle Energie auf sich, auf unsere Projekte lenken und müssen nicht Show-Energie aus dem Gesamtenergie-Pool ziehen. Das ist bei unseren Kunden genauso. Sie wollen ein Ergebnis. Ruhm. Einen Geschäftsabschluss. Neue Kunden. Um das Ergebnis zu erzielen, buchen sie uns. Und was machen wir? Wir gehen manchmal in echt, manchmal theoretisch mit unseren Kunden auf Pilgerreise. Pilgern ist die Reise zu sich selbst. In Bewegung. Wenn wir dann den Kern des Unternehmens, seine Seele, sein Warum, den Kern des Wesens unserer Kunden kennen. Dann ist das manchmal wenige Schritte, manchmal eine ganze Pilgerreise später. Und dann nehmen wir an, was ist. Es ist so, wie es ist. Auch im Unternehmen. Und das soll und darf an die Öffentlichkeit. Natürlich gefiltert. Das ist doch klar. Wir schauen, dass wir Dissonanzen vorher ansehen. Und in der Kommunikation geschickt benennen. Das ist unser Handwerk. Ja, und wisst ihr, was dann passiert? Dann ist Frieden. Balance zwischen Innen und Außen. Das wird für einen Menschen als schön wahrgenommen. Als stimmig. Als authentisch. Und dann vertrauen sie. Vertrauen führt zu Nähe. So wie du auch kaufe ich lieber, was mir verständlich und vertraut ist. Das ist alles. Das ist das Geheimnis unserer Arbeit. Und das ist genauso das Geheimnis vom Pilgern. Ein Weg. Ehrlichkeit zu sich selbst und zu anderen. Ein Ziel in der Ferne. Konsequenz. Und dann Schritt für Schritt vorwärts. Du kannst natürlich mal innehalten, Pause machen oder auch mal rechts oder links gucken. Alles andere wäre ja fatal. Manche Schritte gehst du mit anderen zusammen. Andere allein. Aber du bleibst fokussiert. Und du kommst mit jedem Schritt mehr zu deiner Essenz. Das ist das, was wir tun. Was ich so liebe. Beim Halbtags-Pilgern und bei unseren Kampagnen. Und wisst ihr, was das Schönste ist? Wenn mir Kunden sagen, so habe ich mich oder mein Unternehmen noch gar nicht betrachtet. Denn natürlich, das geht mir auch so. Und Zeit zu Zeit ist der Blick von außen, von jemandem, der nicht zu 100% involviert ist, so nützlich. Du siehst deine blinden Flecken oft gar nicht. Du siehst deine Fortschritte nicht selbst. Denn du hast dich ja jeden Tag. Hilfreich ist es natürlich, wenn du Tagebuch schreibst. Aber selbst wenn du das tust, ist es extrem hilfreich, wenn jemand einfach mal so drauf guckt und dir von außen spiegelt, wie sehr du gewachsen bist. Was ihm oder ihr an dir liebenswert erscheint. Ich habe letztens eine Frau getroffen, die so unglaublich erfolgreich ist, wie so viele Menschen ein Licht ist. Ich bin unendlich dankbar, dass ich sie kennenlernen darf. Keiner hätte je gedacht, dass sie selbst jahrzehntelang ein Thema damit hatte, ihren eigenen Eltern gefallen zu wollen. Sie hat ihre eigene Leistung für minderwertig betrachtet. Für ganz normal. Ja, das klingt komisch. Aber ich auch. Ich habe viele Jahre gedacht, dass jeder schreiben kann, so wie ich. Ich habe mich immer gewundert, wenn Menschen mir sagten, dass ich Bilder mit Worten malen kann. Und gedacht, ja, der will mir bestimmt nur schmeicheln. Die möchte nur nett sein. Ich war durchaus dankbar. Aber ich konnte es nicht glauben. So wie auch diese Frau, die so viel bekannter ist als alle Personen, die ich bislang kennenlernen durfte. Und hier komme ich wieder auf Video-Wild-Kommunikation. Auch du, auch Städte, auch Einzelpersonen, auch Unternehmer haben diesen Blick. Dieser ist eingeschränkt. Sie finden sich schäbig, klein, weil sie den eigenen Diamanten in ihrem Inneren nicht zum Strahlen bringen. Ein Hauptgrund für unsere Arbeit ist es, diesen Diamanten zu finden und bei unseren Kunden unter rundum glatt zu rubbeln, sodass er wieder hell leuchtet. Dann leuchten unsere Kunden von innen heraus und egal, was sie erreichen wollen, sie erreichen es. Etwas Handwerk wie Öffentlichkeitsarbeit dazu. Und mit hoher Authentizität ist der Weg zum Ziel völlig klar und einfach. Es verbiegt sich niemand mehr. Wir erziehen Glaubwürdigkeit, Vertrauen, Nähe. Und ich bin doch immer wieder eher geneigt, meinem Freund zu glauben, als jemandem, der mir dubios und neu erscheint. Was passiert? Unsere Kunden haben Erfolg. Wir stehen als Dramaturgien des Erfolgs dabei. Mit uns geht das Herz auf, wenn wir den Diamanten glitzern sehen. Das ist das, was bleibt. Zusammengefasst für dich. Erst wenn du es dir erlaubst, den Diamanten deinen glänzenden Wesenskern freizulegen, dann bist du oder dein Unternehmen so authentisch, dass deine Kunden es dir wirklich, wirklich glauben können. Dann kaufen sie. Das ist das einzige Geheimnis von gutem Marketing. Ich wünsche dir, dass du leben kannst, wie du willst und habe noch ein paar Plätze frei in meinem Schweige-Schreibe-Pilger-Retreat, das ich Mitte Oktober anbiete. check aus halbtagspilgern.de oben der Reiter Retreat. Da steht alles drin und melde dich bei mir. Ich freue mich wirklich riesig über Bewertungen, gerne fünf Sterne. Ich bin Jana Widowild und ich wünsche dir alles Liebe. Geheimnis über Sie anbiete